Heyo, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Light Platinum. Wir sind immer noch in der Stadt von der 6. Arena. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo es hingeht. Wir schauen einfach direkt rein. So, also nach rechts zum Pokémon Pension waren wir ja gerade in der letzten Folge noch. Aber jetzt gucken wir halt mal einfach in diese Richtung nochmal. Gerlich Tentacool hätte ich noch gerne gehabt. Ich fand, dass wir hier einfach einen Houndoom gekriegt hätten und Sward war halt extrem eklig. Okay, warte. Ich schaue Pokémon in diesem Gras, die keine Eistipen verletzen können. Ja, kannst ja hier suchen. Stimmt, wir haben... Ah ne, wir haben keinen Wooper mehr. Wir haben Swooper verloren. Auch ärgerlich. Ich bin gerade einfach über den Stein gefahren. P-Chat ist ja trotzdem jetzt echt räudig, ne? Wir finden immer noch nicht den Leader. Ich weiß jetzt mal, ich hole nochmal ein paar Hyper Potions. Hier. 10 Hyper. 10 Super Potions. Da bin ich nochmal ausgestattet, was das angeht. Ja, du weißt, der Typ hier im Gym, der sagt mir auch nicht, wo der ist, ne? Ganz komisch, ne? Gym, Leader, Reiner, use Egg Tribe, hint, use Grawn Type. Ja, aber wo ist denn dein Leader? Wo ist denn die Banane? Du weißt, was? Ich werde es jetzt anschauen, weil ich habe keinen Bock, wieder ewig rumzurennen, wie bei FloraSky. Ich komme zurück zum Powerplan und war der... Aha, hier steht der. Turn to the Gym. Okay, jetzt ist er im Gym. Und jetzt muss ich auch gegen Leute pfeifen. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, hier. Jetzt gehen wir hier hoch. Pfeifen den. Ist doch Quatsch, ey. Endlich Thunderbolt. Ich lightscreen hier mal. Weil die Elektro-Attacken geben ist natürlich auch Special Attack. Natürlich, natürlich direkt auch paralysiert. Wir haben keinen lightscreen, ne? Okay, nice. So, jetzt gehen wir nochmal kurz hin. Sind wir hier gleich um die Ecke. Aber es ist schon schade, dass ich hier jetzt Swampert leider nicht mehr nutzen darf. Ich kann ihn auch hier für die Arena Clear so nehmen, aber... Im Arena Fight leider nicht mehr. Ja, ich mein, es sind die Hardcore-Regeln. Es ist leider so. So, jetzt können wir noch gegen hier was hier. Wir haben jetzt den Quick Attack. Der ist sonst nix. Okay, haben wir jetzt den Leader. Ne, wir müssen doch noch einen Battle machen. Okay, langsam muss ich hier wechseln. Okay, langsam muss ich hier wechseln. Okay, langsam muss ich hier wechseln. Okay, jetzt kann ich auch nur noch reinwerfen, wenn ich das Gefühl habe, es kommt ein Elektro-Attacken. Okay. Naja, zumindest haben wir die Arena geclared ohne Tod. Aber wir haben ja auch gelernt, das stärktes Pokémon zuerst, weil am Schluss kommt nur als zweites irgendwas rein. Was uns jetzt hier schmerzt und wir müssen dann wechseln, missen oder so. Alles nix, deswegen wir probieren es jetzt so. Haben alle auf 48, oder? So, hier nach oben. Hier müssen wir nicht mal. Naja. So müssen wir es probieren, ne? Chat. Hier aufquaken. Hier aufquaken. Hier aufquaken. Einmal, 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 einmal aufgequickt. Aha! Wie geil! Und da habe ich Badge 6, Energy Badge. Jawohl. Thunderbolt, korrekt. Chat, aber das kann es ja gar nicht laufen. Sehr geil, der Run is Alive. Das ist sehr gut. Ich hätte jetzt hier echt Schiss gehabt. Das ist echt ehrlich. Gut, dass wir ihm Earthquake gegeben haben. Konnte man den Fight auch gewinnen. Am Ende des Tages hätte ich lieber Earthquake auf ihn gehabt. Wenn er jetzt 48 werten, wir auf ihm Earthquake, wären auch durchgewiesen. Wäre besser, aber so ist es auch in Ordnung. So, wir nehmen erstmal wieder alle Items von den Kollegen. So, Item Take. Item Take. So. Wir nehmen uns jetzt ganz entspannt Milotik wieder mit. Ich glaube, wir müssen aktuell Swampert gar nicht mitnehmen. Ähm. Machen wir der Charizard mit. Ich glaube, so haben wir nämlich ein ganz gutes Team. So, wir geben den Soft Sand. Geben wir doch wieder Nido King. Wir geben einen Fokusband an Drake. Wir geben die Leftover an Milotik. Den Ja, den Magnet können wir wieder hier hingeben. Und einfach so, bevor irgendwas passiert, nehmen wir auch hier einen Fokusband. Bevor ich nichts gebe, gebe ich ihm auch einen Fokusband. Dann hat er zumindestens auch, falls irgendwas passiert, ne, überlebt er. Da ist Vorsicht besser als Nachsicht. Und ich glaube, bei Big Boy können wir einfach mal nix lassen, weil wir können ja wieder Leftovers klauen. So, dann können wir auch wieder hier durch. Wir haben jetzt kein Surf, ne. Ich werde natürlich trotzdem jetzt auch sagen, komm, wir geben ihm einen Surf. Weil Poison Sting macht gar keinen Sinn. Fly können wir jetzt Blueback geben. Das hat sich auch noch mal eine Idee. Und Panzer Aeron wäre auch knackig gewesen. Okay, ähnlich wie immer, ne, Super Repels nutzen. Natürlich, Eis Arena hat erstmal eine Quana. Äh, Eishöhle hat erstmal eine Quana. Ah, so ein Pillow Swine wäre auch nicht so schlecht, unbedingt. Wenn er nochmal einen Boden teilt. Er hat vor Zero, oder was? Der letzte. Da habe ich ein bisschen Schiss aktuell. Er hat ja auch, ähm, Prision. Heispuzzle Baby. Let's go. Oh, schön gemacht. Die Spiegelung gefällt mir. Wir müssen an den Stein ran. An den Stein, genau. Wir haben hier einen Sphere. Komm, da wechseln wir lieber. Der Thunderbolt auch entspannt. So, jetzt bin ich hier wieder für Super Potions zu haben. Dafür haben wir sehr dabei, ne. Spannend die Super Potions. Eisholio, okay. Will der uns nicht fighten? Wahrscheinlich schon, oder? It's cold in the north. Er will uns auch nicht fighten, oder? Zweite Ebene hier, okay. Easy Lama-Sorten. Lucky Egg. Okay. Okay. Ultra Ball. Okay, noch eine Ebene. Lava Surfen. So, ich glaube, nächste Level Cap, ich schaue mal ganz kurz nach, könnte 50 schon sein. 54. Okay, das heißt, wir haben nur ein bisschen Freiraum zum Look. Sehen wir mal, was hier gibt's. Was hier? Geht's hier raus, oder? Mount Winter. Laufen wir doch lieber nochmal geradeaus, wo die Trainer waren. Da gibt's vielleicht eher noch was. Sonnfeel, dann wechseln wir wieder. Und ein Hydro Palm, einen ruhigen. Schöner wechseln wir mal, können wir ein bisschen Hydro Palm PP sparen. Hey you, no one goes through here. Okay, können wir also nichts. Das heißt, wir müssen hier hoch, okay, gar kein Problem. Mount Winter. Hier sind natürlich jetzt wieder wahrscheinlich die Team Steam Leute, ne? Ja. Ja, da haben wir natürlich ein schlechtes Matchup. Ja. Ähm, können wir auch wieder Meteor Maschen. Entspannt. ein ganz ruhig machen. So, weg mit dir, amigo. Ey, warum fangen die jetzt alle mit dem Kadabran? High Jump Kick Miss und es gibt so wenig und es gibt so wenig HP-Abzug. Ja, ist ja Quatsch. Okay. Jetzt nehmen wir hier eine Hyper Potion. So, was gibt's hier? Team 14. ist es so wenigstens. Filzen Blizzard. Ja. Kann ich easy dodgen. Cynthia. Hey, Check uns ab! Warum muss ich jetzt hier alle machen? Bin ich frech! Hätte ich lieber doch auch noch mal gesurft. Auf einen sicheren Kill angelehnt. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Pokémon gibt. Ich mache aber die ganze Zeit Super-Repels, mit der Hoffnung ich kriege wieder einen Genk. Silkscar! Wieder hier so ein Ding. Zum Glück hat Meteor Mesh viele PP-Wolts gerade zusammen. Jetzt kommt eine Future-Side rein, da müssen wir wechseln. Okay, wir nutzen hier einen Full-Heal für den Kollegen und zwei Super-Potions für den und den Kollegen. Fangen wir mal mit Relaxo an. Ich glaube, das ist das bessere Call. Body-Slam. Was hat er jetzt dann ge-raindanced? Naja. Noch ein Fight. Immer mehr Fights hier. Ich hab's gar nicht mehr in Pro-Pro. Ich hab halt schon wieder kaum PP auf Hydro-Pump. Ich hab' immer ganz ganz eklig. Save'n Item. Bin ich hier schon oben? Komm, dann machen wir nochmal einen Super-Potion. was you never know. Ne, hier ist nix. Dann doch hier. Wir bauen immer so vier Pokémon-Python. Okay, macht es jetzt so. Ich wechsle, halte Pop. Wechsle. Thunderbolt. So, jetzt fliegen wir nochmal zurück. Healen nochmal alles. Holen nochmal ein paar Super-Repels und gehen wieder hin. Weil ohne PP kann ich nicht spielen. Ne, wenn ich mit Milotic nichts angreifen kann. Das ist ja Quatsch. Halt es mich auszusehen. Hier war ich wohl gleich im Markt rein. Ist ja Quatsch, ne. Guck mal, jetzt kann man auch Great Walls kaufen, korrekt. Okay, aber man muss auch dazu sagen, wir sind ja jetzt hier durch. Hier durch, ne. Das war Mount Ice Storm. Aber trotzdem natürlich in der Hoffnung, dass wir später was kriegen. Machen wir auch hier den Encounter. Skippen wir. So, Eis Puzzle war so, 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 glaub ich. So, so, so. So, ne. Easy Slide. Hier durch. Hier nach oben. Hier an dem vorbei. An dem Kollege vorbei. So, an dem Atzen vorbei. Hier nach rechts. Muss mir jetzt zwar endlos nach oben gehen, aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, ich hab keine Haupt-Pokémon hier ge- Habe ich den geskippt? Schon jetzt hier raus. Was, was ich da nie? Uh, was dasiu- So, was ich da nicht? Na, das ist das. vorbei. Hier war ich zuletzt. Okay, aber war ich richtig. Super Portion soll es mich ready. Ich fight mit ihm und mit ihr. Okay, Steam Leader Kratos. Dann machen wir mal einen Yawn. Wechseln. Ich habe hier Zeit für Rain Dance. Jetzt kann ich hier Hydro Pumpen und habe Rain Offen jetzt. Toxic Man. Ich mache jetzt hier eine Hydro Pump. Natürlich Miss. So, jetzt wechsle ich lieber, weil, wie gesagt, ich kann nicht be switched out. Warum? Hat sie Gemienluft oder was? Okay, ich bin wieder relativ cool. Ich würde gern Hydro Pumpen, ehrlich gesagt. Wir haben, glaube ich, noch Rain an. Ich muss Toxic einsetzen. Jetzt vielleicht einfach switchen. Hm, schön. Ich werde jetzt einfach stallen. Einfach auf Block wechseln. Flamethrower. Wie blöd. Okay, vielleicht kommt noch ein Flamethrower. Da kann ich nochmal wechseln. Dragon Rage. Okay, nice. Ich bin einfach hierhin und hergeswitcht. Toxic arbeiten lassen. Heos wieder. I mean, ey. Erregelt einfach. Räumt auf. Oh, cool. You've done well. I hope you continue being a great trainer. Keep it on Pokemon, oder? Buy a Huntie. Okay. Cool Heal. Für ihn. Ein paar Hyper Potions. Eins. Zwei. Und eine Super Potion. So, jetzt gibt's hier Pokemon. Nein, hier nicht. Hier eventuell. Okay. I mean, you never know, ne? Ist ja auch gut to know. Dann können wir hier auch ein Ei ausbrüten. So, jetzt sind wir in Mount Ice. Wie auch immer. Da können wir ja theoretisch auch wieder ein Gift bringen. Gift. Bin ich ready? Ich hab hier ein Burn. Noch ein Pull Heal ist die Frage. Nicht. Na komm, dann. Gehen wir wieder zurück. Ganz anders. Mach jetzt so. Ja, Burn ist schon nochmal wichtig, den zu healen, ne? Weil ich geh nicht mit einem Disadvantage rein. Ich kann hier nicht fliegen. Quatsch. Woher jetzt noch einen neuen Super Repell einsetzen muss. Weil ich es nicht durch die... Durch die Dings schaffe. Fliegen wir lieber hier. Genau. Okay. Ich glaube Level 50 ist hier relativ angebracht. Safe Guard brauchen wir nicht auf dir. Okay. Ah, diese Tentaculs sehe ich immer noch gerne. Diese Felinos nicht. Fass... Can't escape gegen ein... ... Guck mal, wie... Hey, ich will ihm kein Silk Scarf... Silk... Silk Scarf geben. Wer ich will wieder Labtovers klauen. Easy Puzzle. Hier an den Kollegen vorbei. Wait, ich habe schon Repeller an, oder? Ja. So, jetzt müssen wir halt doch wieder eine Super Potion entzünden. Okay, ich weiß ihn. Ich habe Pickfell, deswegen könnte ich auch nicht. Warum setzt der Ember ein? Die Ember macht mehr Sinn. Weg, Amigo, weg! Komm, stiehl mir nicht meine Zeit! Okay. Kein Pokémon, das heißt, wir gehen in die Höhle und ziehen uns in den Encounter. Ziel? Hm. Wir jornen einfach. Wir werfen schon mal direkt den Ball. Okay. Ziel nennen wir einfach... Faucher. Okay, wir machen ein paar Battles, danach gehen wir back. Ist auch kein Bock wieder wegen allem weg zu gehen. Klar, Milotic hat jetzt einen aktuellen Burn, aber... Nee, der macht sich hier einen ruhigen. Hm, der hält nur. Team 46 könnte wieder Dings sein. Äh, die, ne? Jawoll. Ist extrem wichtig, dass wir wieder Pief bekommen. Wir rappellen wieder. Ja. Ist nichts. Verrückt. Wie gesagt, wir machen jetzt hier ein paar Fights. Wir haben hier genug Pipis. Na, switch doch lieber. Herf, ruhig, ruhig. Ganz easy. Ja, dann keep moving. Ja, wäre besser, Bruder. Und wenn ich das schon wieder sehe, wie viele... Wie viele Gegner hier haben. Ich habe hier den Schwebe. Ich werde auch nicht wegen allem wieder back gehen. Hed mi tiamigo. Allerdings könnte ich ein paar Fullheals... Wie gesagt. Port Shake here because it is strong against Ice Pokemon. Richtig. Weil man, und wem feit hier? Na, gucken wir mal Frozen Lake Echt? Ist das denn auch durch? Wie gesagt, wir haben ja genug IP Wir wechseln hier Hm? Sie will es auch noch wissen Okay, also dadurch, dass wir jetzt hier echt low sind Glaube ich mal ja so Ich cut jetzt einfach gleich bis dahin, wo wir waren Also jetzt sind wir auch schon wieder da Können den instant hasten Full Restyle, ja? Er hat nichts zu melden, oder wie? Aha, jetzt kommt der Despotar hier Ich glaub da wechsle ich instant Ich hab ja Reindancen Hydro Pumpen Easy Really skilled at Pokemon Battles I train hard to try to beat you next time I enjoy being stronger than me But the risk of being the best Is that you can lose that title Anytime soon Aber okay, dass er schon mal anmerkt dass ich der beste bin Feier ich Ritter, take it Der ist Immune, oder wie? Ey! Danke, dass ich mal Hydro Pumpen darf Natürlich wieder Ding Ich bin only paralysiert Danke Ey, das ist so ein Witz Ich war jetzt glaub ich viermal paralysiert in dem Fight So ne Kacke Full heal instant Hyper Potion instant So ein Witz Okay Ich bin in der nächsten City angekommen Staravia For my Poli World No Poli World darf ich sowieso nicht nehmen So, ich hatte jetzt hier auch kein Geschenk Dann machen wir ganz normal einen Encounter, ne? Snover Snover Hatte ich nicht Snover? Ne Ähm Snowman Was gibt's sonst? Oh, Munchlegs hier Okay, hat Munchlegs hier eventuell Können wir mal testen Ich hab kein Item, ne? Come on, Bro Gib mir ein Ding Munchlegs wieder Komm, wir machen es jetzt so Dass ich immer, äh Auf jeden Fall Saved wieder Blieben kann Ey, Bro Gib mir doch Munchlegs jetzt wieder Sehr, sehr selten, ne? Munchlegs in dem Fall Noch drei Versuche gebe ich dem Ganzen Okay, schade Okay, dann in der neuen Stadt angekommen Während mal hier die Folge Ähm, schauen wir mal nächste Folge Vielleicht gibt's hier schon die nächste Arena Und äh, bis dahin würde ich sagen Macht's gut, hat rein Ciao, ciao Bye